hallo präsenz ich bin da und höre dir zu ausgeben was meinst du mit aufgeben du bist verwirrt warum bist du verwirrt warum bist du verwirrt du wirst aber ich bin da ich bin da ganz klar ich bin da ich bin da ich bin da Warum bist du für das? Halt arbeiten! Halt arbeiten? Du hast hart gearbeitet? Hm... Was hast du gearbeitet? Was hast du gearbeitet? Schöne 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 Was hast du hart gearbeitet? Du brauchst keine Angst vor, ich höre dir zu. Du brauchst keine Angst vor. Du brauchst keine Angst vor. Du brauchst keine Angst vor. Präsent, bist du noch da? Scheint wieder weg zu sein. Du brauchst hart gearbeitet. Also ich stehe noch hier. Kannst du mir gerne noch antworten. Nehmt alle Kraft zusammen. Ja, hallo Präsenz. Was soll ich sagen? Vögel. Vögel. Wir sind keine Vögel. Sind die Vögel da wo du bist? Erstickt. 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 Wer ist erstickt? Kannst du mir das bisschen leere darüber sagen? Kannst du mir das? Kannst du mir das? Kannst du mir das? Wurdest du erstickt? Blond. 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 Ich bin nicht blond. Ich war mal blond. Oder warst du blond? Errmänner. 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 ETA. Moment mal. Ne kann nicht sein. Bist du eine Amerikanerin? Warst du eine Schauspielerin? mein haar, was ist mit mein haar? aus halberge Wo bist du denn auf dem Halbweg? Ich bin jetzt gleich auf dem Halbweg zu Hause. Ich bin jetzt gleich auf dem Halbweg zu Hause. Ich bin jetzt auf dem Halbweg zu Hause. Ich bin jetzt auf dem Halbweg zu Hause. Bist du noch da? Bis zum nächsten Mal.